Oberstreich-Duell Nummer 2 findet in dieser Runde in Völklermarkt statt. Da gehen die Gastgeber gegen die Union St. Florian in Minute 19 durch eine schöne Einzelleistung von Mersudin Jukic mit 1 zu 0 in Führung. Doch die Mannschaft von Willi Wahlmüller kann noch vor der Pause ausgleichen. Nils Zadl ist es, der mit einem satten Wolle-Schuss direkt ins Kreuzeck UVB-Torhüter Stefan Burka bezwingt. Keine Tore in Halbzeit 2, Völklermarkt und St. Florian trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017